Fast elf Monate dauert nun schon der brutale russische Krieg gegen die Ukraine. Erst gestern wurden bei einem Raketenangriff Russlands auf die Stadt Dnipro zahlreiche Menschen getötet. Doch der Widerstandswille der Ukrainerinnen und Ukrainer ist ungebrochen. Eigenständigkeit und auch Traditionen sind wichtiger denn je. Viele Menschen bis hin zum Präsidenten zeigen sich deshalb gerne in traditionellen Stickmustern. Für viele ist auch die Kleidung ein Zeichen der Solidarität. Kiew, eine Stadt im Ausnahmezustand. Überall Zeichen des Krieges. Doch die Menschen haben gelernt, damit zu leben. Junge Menschen wie Maria wollen auch das Leben genießen, trotz des Krieges. Das lassen wir uns nicht auch noch von den Russen nehmen, erklärt sie mir. Seit Beginn des Krieges kaufen wir nun noch ukrainische Marken und unterstützen ukrainische Designer. Wenn ich so ein traditionelles Vichyvanka-Hemd kaufe, ist das was fürs Herz. Wie zum Beispiel auch dieses Sweatshirt mit dem Text eines ukrainischen Liedes aus dem Ersten Weltkrieg, das jetzt zum Hit wurde und zum Symbol des ukrainischen Widerstands. Dieses Lied ist seit Beginn des Krieges in aller Munde. Alle singen es. Es macht Mut, nicht nur dem Militär, auch Zivilisten. Und daraus haben wir eine ganze Kollektion gemacht. Eine große Herausforderung für die beiden Unternehmerinnen. Ständige Stromausfälle, wochenlanges Warten auf Stoffe, Lieferengpässe. Und trotzdem haben sie sich entschieden, weiterzumachen. Denn ukrainische Mode ist im Aufschwung. Unsere Werte haben sich verändert. Früher haben die Menschen vor allem ausländische Mode gekauft. Das war wertvoll. Doch seit 2014 bewerten wir die Dinge anders. Wir erleben einen richtigen Aufschwung von allem, was ukrainisch ist. Das erlebt auch die ukrainische Top-Designerin Julia Magditsch. Sie kommt kaum hinterher. Der Bedarf im In- und Ausland ist enorm. Auch ausländische Stars bestellen ihre aufwendig bestickten Modelle. In diesem Mantel wurden 2000 Meter Garn versteckt. Auch sie kämpft mit Lieferengpässen, will aber nun eine Plattform gründen, auf der ukrainische Produkte weltweit vermarktet werden können. Die Leute haben verstanden, wenn man ukrainische Unternehmen unterstützt, hilft man der heimischen Wirtschaft. Denn wir schaffen Arbeitsplätze und sorgen dafür, dass nicht alles den Bach runtergeht. Und darauf ist sie stolz. Denn es sind vor allem auch Frauen, die jetzt mitten im Krieg die Wirtschaft am Laufen halten.